Spürst du diese Credibility? Spürst du diese Credibility? Crap, das ist UK von Rap, 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 Hip Hop, yeah, let's go! Grüezi, du Opfer, Dreck, Schweizer, fick dein Beatshow wie du jetzt verlierst, aber stint und der Beat hervorragend seit Christian Lindner von Dolly generiert Ich geh auf die Straße seh deine Visage und schieß hier auf deine behinderte Fresse, dann siehst du aus so wie Schweizer Käse, aber zum Glück bist du dafür weniger hässlich Was für ne Kralli, laberst in den Headset-Mic, so ne Mist hab ich noch nie gesehen Ne und das soll jetzt Rap sein, du hörst dich an wie als Raps oder grad ein Bewerbungsgespräch Aber kommen wir zu deinen Vergleichen, du hast Connections mit dem Wifi-Gerät? Ach du Kacke, Digga soll ich jetzt weinen oder lachen? Du bist das WLAN, nicht die DDoS-Attacke? Plötzlich sterben nach Luft, wenn sie dich zu Gesicht kriegen Ich glaub du hast aus der Tausch, denn die haben keine Angst Du dir erst ist das komplette Gegenteil, Luca, die lachen dich aus Alle gehen Olli wie Arlene Bachmann Lass Rap sein, du hast sie nicht zu suchen Und ich bedrohe nicht, dachte ich errabe Erzählst du grad von deinem Tag in der Schule? Und dann hast du sogar deinen Double-Temp verkackt, denn du tust dir im Leben nicht schwer Du hast Kollegah studiert und gelehrt, nur hältst du das Buch leider immer verkehrt Jetzt bist du hier, pickst so ne Scheiße und denkst dich, du könntest es schaffen Doch wenn deine einzige Hoffnung der Beat ist, dann sollte man Battle halt eigentlich lassen Versager, den Sieg, du gibst alles, doch den Sieg, den bekommst du nicht Nein, 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 was für Gegner, komm sei leise und verpiss dich, du Zwischenfick Und es geht VRM, lauf aber schnell Dass du gegen mich verlierst, sollte jeder hier erkennen Es ist sammelsamt zu hören, dass du denkst, dass du ne Chance hast Draußen Runde 1, probier's nie wieder, du scheiß Opfer VRM, lauf aber schnell Dass du gegen mich verlierst, sollte jeder hier erkennen Es ist sammelsamt zu hören, dass du denkst, dass du ne Chance hast Draußen Runde 1, probier's nie wieder, du scheiß Opfer Ja, nein.